Was soll mir die Zeit jetzt weiterhelfen? Wenn es das ist, was ich gar nicht brauch Will der Grund sein für dein Strahlen der Augen Für die Falten, wenn du lächelst auch Wir rauchen Zigaretten After 6 in Yves, in Yves, in meiner Dachgeschosswohnung Aus Nummer 4 Und grüne Augen lügen nicht Ich seh dich gerade, ich Ich seh dich gerade nicht Und grüne Augen lügen nicht Ich seh dich gerade nicht Angst vor Stagnation, hab Angst vor Stellstand Angst vor zu viel Raum in meinem Kopf Wieso hat jedes Kindzeichen dieser fucking Stadt Die Anfangsbuchstaben unserer Namen Und grüne Augen lügen nicht Ich seh dich gerade nicht Ich seh dich auch Ich seh dich gerade nicht Ich seh dich gerade nicht Ich, ich, weil ich liebte' dich nicht Vielen vielen Dank Sehr sehr schön Ich bin ein bisschen überwältigt gerade Ich sehe dich sehr gut Und wie du siehst, grüne Augen lügen nicht Guck einfach in meine Augen Wie heißt du? Hi, mein Name ist Anton Versani, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Kassel. Ja, also ich habe mich verliebt in deine Stimme. Ich habe sehr viel Lust, dich zu begleiten. Ich werde das jetzt gar nicht so groß analysieren, weil du hast alles richtig gemacht, finde ich. Und das braucht man gar nicht so zu zerreden. Ich fand das wunderschön und würde mich sehr freuen, wenn du mein Team kommst. Vielen, vielen Dank. Ich hatte immer das Gefühl, du hättest noch viel doller aufs Gas drücken können, um hier zu zeigen, was für ein krasser Sänger du eigentlich bist. Und du hast es irgendwie nicht gemacht und das fand ich so geil und so angenehm, weil man hat trotzdem die ganze Zeit gespürt, dass du es kannst. Ja, du hast keine Angst gehabt, mit der Band zu spielen, du hast dich nicht versteckt, du warst vorne, ohne dich aufzudrängen und das ist total schön. Du hast deinen Auftritt hier dem Moment und dem Gefühl geopfert und dadurch halt unendlich viel gewonnen. Und das Zeug von echter Größe als Künstler, das war wirklich ein guter Auftritt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ist es auch so die Musik, die du so hörst? Ich höre halt gerne so Herzschmerz-Sachen, aber eigentlich auch gar nicht Deutsch. Ich höre eigentlich fast nur englische Musik. Aber das ist ein Song, der halt berühren kann und ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Voll. Genau, deswegen habe ich quasi den ausgesucht. Das ist so süß. Ah, mein Gott. Ich finde aber auch, selbst wenn man lieber englische Musik hört, muss man nicht unbedingt englische Musik singen. Muss man nicht unbedingt auf Englisch schreiben oder singen. Und wie du auf Deutsch singst, ist echt special. Voll. Das ist etwas, was es im Augenblick auch so nicht gibt. So einen versierten Sänger, der so viel Talent hat, auf Deutsch zu singen. Danke, vielen, vielen Dank. Ich bin selber ein bisschen platt gerade deswegen, aber ich spreche zu viel. Ich bin selber ein bisschen gemütlich. Anton, manchmal ist es so, wenn das Publikum ganz still wird und nicht gleich ausflippt, dass wirklich alle so gebannt sind und dass die Leute selber Momente brauchen, um das zu verarbeiten, was du da singst. Und das ist genau das, was man bei der deutschen Sprache auch hören will. Ich habe da jedes Wort habe ich dir abgekauft. Du wusstest genau, was du tust. Und ich bin vor allem total neugierig noch, ob das für dich Neuland war, was du jetzt hier auf der Bühne gemacht hast. Wirklich? Ich stand heute zum ersten Mal auf der Bühne. Nein. Was? Was? Ich wollte gerade fragen, ob du das Hauptberuf in jedem sagst. Ja, komm, du bist. Ja, Mann. Ja, schön krass. Scheiße. Ich mache selber Musik, seit einem Jahr aber erst. Und die ist übrigens auch von dir inspiriert. Nein. Danke dafür. Mann, Anton, tu mir das nicht an. Alles cool. Also, nicht nur, dass ich schon fast vertraurig gerade bin, dass ich nicht gebuzzert habe, weil es ist ja ganz, ganz klar, dass vor dir wirklich was Großes liegt. Also wirklich, ey, Anton, scheiße. Das ist scheiße. Das Gute ist aber, wir haben ja gebuzzert und ich habe vor allen Dingen gebuzzert und ich würde mich voll freuen, wenn du in mein Team kommst, Anton. Hast du das Gefühl, du kannst dich schon entscheiden? Nein. Was mache ich denn jetzt? Hattest du vorher eine Ahnung, was? Na, zu dir wollte er noch gehen. Na, also, wirklich? Ich wollte zu dir. Mann, oh nein! Nein, alles cool. Ich bin super dankbar. Pass auf, ich helf dir. Ich helf dir, ich helf dir. Ich helf dir, ich helf dir. Sarah Connor, ja? Zweifelsohne eine tolle Sängerin. Eine tolle Sängerin. Na toll. Eine ganz liebe Frau auch. Oh. Aber die hat richtig viel zu tun. Die hat eine große Familie, die hat viele Kinder, die muss zu Hause den Haushalt mal Rasen mähen. Die Kinder zum Sport fahren, die Kinder abholen, die muss zu viel machen, die hat gar keine Zeit. Johannes Oerding spielt den ganzen Tag nur an sich rum. Weißt du? Oh. Ich wollte nur damit sagen, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ja, eben. Dann möchtest du nicht so noch ran, glaub mir. Sag mal, es gibt es ja wohl nicht. Nein, nein, nein. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Erstmal, erstmal. Okay. Komm, wir machen das so. Wer von den drei Coaches, denkst du, bringt dich ansatzweise? Oh. Ansatzweise. Nico und ich haben den gleichen Manager zum Beispiel. Das stimmt. Ist auch noch ein Platz frei? Auf jeden Fall. Das weiß ich sehr gut, weil ich kenne ihn richtig gut. Ja, und die anderen beiden, die sind nett. Sind wirklich, sind, manchmal sind, ja, sind halt da, aber, also. Aber ich habe auch auf Englisch, im Gegensatz zu den anderen Jungs, habe ich auch schon zehn Jahre in der Karriere auf Englisch gehabt, just so you know. Da war es noch nicht geboren, aber habe ich. Okay, ich danke euch dreien vielmals. Sarah, let's do it. Ja, ja. Ich habe die Manager-Karte gespielt. Die war gut. Cool. Ein riesiger Platz für Anzug. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.